Für ein Videospielprojekt mache ich gerade wieder Sounddesign und habe zwei neue Geräusche aufgenommen. Die spiele ich jetzt ab und ihr könnt mal tippen, ob ihr erratet, was für Geräusche das sind. Hier kommt Geräusch Nummer 1. Und hier kommt Geräusch Nummer 2. Vielleicht habt ihr es schon erkannt, falls nicht, kriege ich hier noch zwei Tipps und dann löse ich es nach dem Intro auf, was es für Geräusche waren. Tipp Nummer 1, beide Geräusche sind sehr, sehr üblich in nahezu allen Videospielen. Und Tipp Nummer 2, beide Geräusche habe ich mit quasi demselben Gegenstand aufgenommen. Den es auch im Spiel repräsentieren soll. Seid ihr schon drauf gekommen? Die Auflösung und wie ich es gemacht habe, kommt gleich nach dem Intro. Hey, was geht? Ich bin Daniel, du bist hier bei Play, Pause, Record und heute gibt es wieder ein kleines Sounddesign-Video. Ich nehme gerade wieder Geräusche auf für ein Videospielprojekt, wo ich mit dabei bin. Und zwar sind die zwei Geräusche, die ich euch vorgespielt habe, sehr, sehr üblich. Sind in sehr vielen Spielen, vor allem in Rollenspielen und Ähnlichen vorhanden. Und hier kommt jetzt die Auflösung fürs Geräusch Nummer 1. Und zwar sollte Geräusch Nummer 1 das Öffnen des Rucksacks sein. In fast jedem Videospiel gibt es ein Inventar, einen Rucksack, den man mit dabei hat. Und natürlich braucht man auch ein Geräusch, wenn man den öffnet, dass das irgendwie auch akustisch repräsentiert wird. Das Geräusch Nummer 2 war das Wegwerfen eines Items aus dem Inventar. Bei beiden Geräuschen ist es relativ einfach, auf eine Idee zu kommen, wie man das Ganze aufnehmen soll. Beim ersten Geräusch, dem Öffnen des Inventars bzw. des Backpacks, ist es ganz klar. Da kann ich ja erstmal schauen, ob ich mit einem Rucksack die Sounds erstellen kann. Wie ich das konkret gemacht habe, schauen wir uns jetzt einmal an. Ich habe dafür einen Kamerarucksack genommen, der überzogen ist mit so einem Baumwoll-Velur-mäßigen Material. Das heißt, er sollte nicht allzu synthetisch klingen. Das Spiel hat ein Setting, was eben so ein bisschen mehr Fantasy-mäßig angehaucht ist. Und deswegen wäre was Synthetisches nicht passend gewesen. Deswegen habe ich diesen Rucksack genommen. Mein erster Gedanke war, ob ich vielleicht das Öffnen und Schließen von einem Reißverschluss nehmen soll. Allerdings auch ein Reißverschluss ist ja eher eine moderne Sache. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, einfach ein Geräusch zu machen, was eben wie das Öffnen oder das Schließen von einem Leder oder von einem Stoffbeutel klingt. Dafür habe ich einfach unterschiedliche Geräusche gemacht und das hat so ausgesehen. Im Nachgang habe ich die Geräusche einfach einmal durchgehört und habe mich dann für eins entschieden, was passt. Ich wollte was, was relativ kurz und knackig ist. Ein bisschen mehr Textur hat, also dass vielleicht zwei, drei Geräusche ineinander greifen und habe mich dann letztendlich für diesen Sound entschieden. In der Nachbearbeitung habe ich ihn dann noch ein bisschen aufgeräumt, also eventuell Störgeräusche, die außen rum waren, noch ausgeblendet. Mit dem Equalizer ein ganz kleines bisschen angepasst, aber viel mehr musste ich da auch gar nicht machen. Kommen wir zu Geräusch Nummer zwei. Ein Item aus dem Inventar wegwerfen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das? Mache ich ein Wurfgeräusch? Mache ich ein Geräusch von irgendeinem Gegenstand? Dabei könnte ja alles sein. Und dann habe ich mich für einen Klassiker beim Sounddesign entschieden. Und zwar etwas, was wahrscheinlich jeder Windows-User von euch kennt. Und zwar einfach das Zusammenknüllen von einem Papier. Das ist einfach ein Geräusch, was viele verknüpfen mit dem Wegwerfen, weil es ein Geräusch ist, was jeder von uns schon tausende Male gehört hat. Ich habe noch zwischen Papier und einem weiteren Stück Material gewechselt, und zwar einem Inlay von dem Rucksack. Das hatte zwar auch so ein bisschen einen knisternden Sound, aber trotzdem auch ein bisschen was Handfesteres. Also es klang nicht vollkommen nach Papier und hätte daher die Möglichkeit, als wesentlich mehr noch interpretiert werden zu können. Und der Prozess war dann wieder derselbe. Ich habe es ein bisschen gesäubert, also Geräusche drumherum ein bisschen leiser gemacht, Rauschen entfernt und auch mit dem Equalizer noch ein kleines bisschen angepasst. Und so einfach habe ich diese beiden Geräusche erstellt. Punkt Nummer 1, einen Rucksack öffnen. Und Punkt Nummer 2, ein Item aus dem Inventar zu löschen. Für diejenigen von euch, die sich für die Technik interessieren, aufgenommen habe ich das Ganze mit dem Sennheiser MKH 416 in meinen Recorder, in meinen Zoom F4. Ich habe das Ganze in Adobe Audition nachbearbeitet. Relativ simpler Workflow. Und so habe ich wieder zwei neue Sounds für das Videospielprojekt erstellt. Interessieren euch solche Videos? Ist Sounddesign spannend für euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich über ein Like und ein Abo natürlich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder, wenn es vielleicht auch wieder neue Geräusche zum Enträtseln gibt. Bis dahin viel Spaß und bis bald. Ciao.